Fortnite hört auf ihre eigenen Mitspieler. Wenn du auch auf jemanden hören willst, nämlich mein Name ist Ochiwan. Wenn du neu bist, gerne meinen Kanal abonnieren. Die Glocke aktivieren. Road to 1900 Abos. Wenn du auf mich hören willst, dann lass doch gerne mal ein Abo da. Aktiviert auch gerne die geile Glocke und lass auch gerne auf ihrem Bruder Basis ein Ehrenlike da. Ja, das würde mich wirklich freuen. Was hat Fortnite heute am 30.05., also zwei Tage bevor der neue Monat anfängt? Je nachdem, wann ihr sie schaut. Auf jeden Fall am 30.05.2024 hat Fortnite eine Erinnerung rausgebracht, die zeige ich euch. Und zwar geht es einmal darum, was Fortnite gemacht hat. Fortnite hat heute um 20.20 Uhr, so wie sie steht, nach Mittag, haben die ein Statement rausgehauen, von wegen, dass die Season so scheiße ist, sage ich mal, dass die Season so richtig schlecht ist. Und jetzt lese ich es euch einmal vor. Was wäre ein Start in die Season? Der schlechteste Season-Start aller Zeiten. Ich kann auch nur sagen, die Spielerzahlen waren am Season-Start nicht so hoch, wie es sonst immer war. Wir haben die Boogie-Bomben aus dem Ressort geholt und Anpassungen an Spellingen an manchen Sachen getan. Wir haben die Zielgenauigkeit der Maschinengewälte, Schütztürme und Schaden des Granat-Geschütztürmes an Gebäuden reduziert. Das heißt, es macht immer so wie es sonst nicht so hoch ist. Dann wurden die HP-Anzeigen von den Fahrzeugen verringert. Das soll heißen, wenn ihr jetzt Solo spielt, so wie es da steht, haben die Fahrzeuge in Solo nicht für so viel HP. Die Boss-Fahrzeuge haben kein automatisches Leben-Generations-HP-Update mehr. Das heißt, immer wenn die Schaden herbekommen haben, haben die sich selbst wieder geheilt. Das haben wir jetzt nicht. Der Schaden des... Da ist der Bogen mit gemeint, also die Armbrust, dass es mehr Schaden macht an den Fahrzeugen. Die Nitro-Fahrzeuge wurde die Aufladungszeit erhöht. Das heißt, wenn ihr die benutzt, dauert das jetzt länger. Dann wurde der Schaden von Luca und mir. Danke für dein Abo. Wenn ihr auch eingeblendet werden wollt, einfach das machen. Ehrenbruder und Ehrenschwester, keine Ahnung. Kurz geht raus. Noch mal. Ähm, wenn ihr mit der Nitro-Faust... ...oder auch verringert... ...in Zukunft leiden wir einen heiß begehrten Elektriken... Was ja mit gemeint ist, ist die... Ähm, EP-Granate. Die EP-Granate, das zeige ich euch einmal, dass es hier... Die war ja letzte Season ja schon mal drin, wurde aber in diese Season noch nicht reingebracht. Aber... Die kommt diese Season auf jeden Fall rein. Genau, das soll es auch schon gewesen sein. Schreibt mir gerne rein, was ihr dazu haltet. Kurzes, knappes Video. Deswegen müsst ihr auch jetzt nichts in die Kommentare schreiben, eben von irgendeinem Wort. Wenn ihr Bock habt, einfach gerne kommentieren, was ihr dazu haltet. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit auf meinem Video-Kanal. Gerne, wie gesagt, den Kanal teilen. Also nicht das Video, sondern von meinem Kanal. Kurz geht raus. Und ihr wisst, wir hören uns wieder in einem neuen Video oder in einem neuen Live-Check. Macht's gut.